Bei einem Solarmodul kaufen Sie nicht nur die reine Hardware, sprich das Modul, sondern Sie kaufen auch immer eine Garantie mit. Hier unterscheidet man zwischen Produkt, aber auch Leistungsgarantie. Oftmals werden hier Dinge verwechselt und ich möchte euch jetzt kurz erklären, wo der Unterschied liegt. Bauer Solar hat bei seinen Class Class Modulen, unseren Premium Protect Modulen, 30 Jahre Produkt und 30 Jahre Leistungsgarantie. Bei unseren Modulen Performance und Super Black haben wir 20 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie. Wo liegt der Unterschied zwischen Produkt und Leistungsgarantie? Um diesmal an einem praktischen Beispiel darzustellen, eine typische Produktgarantie, die nicht direkt Auswirkungen auf die Leistung hat, wäre, wenn auf der Anlage ein Modulrahmen sich lösen würde oder ein Dosendeckel oder sonstige Dinge, die nicht direkt die Leistung des Moduls beeinflussen. Darüber hinaus haben wir bei unseren Solarmodulen auch eine Leistungsgarantie. Was bedeutet das? Wir als Bauer Solar garantieren, dass unsere Kunden je nach Modultyp bei unseren Premium Class Modulen 30 Jahre Leistungsgarantie hat oder bei unseren Super Black bzw. Performance Modulen 25 Jahre Leistungsgarantie. Das heißt, Bauer Solar garantiert über diesen Zeitraum eine gewisse Degradation der Module. Das heißt, das Modul verliert jedes Jahr ein wenig an Leistung. Das ist technisch komplett normal. Das ist bei allen Modulen so. Und wir garantieren, dass wir nach einer gewissen Zeit X, was Sie in dem Datenplan entnehmen können, noch mindestens diese Leistung haben.